Hallo, mein Name ist Klaus Forster, ich leite das Proberaumzentrum Stuttgart und ich möchte euch gerne erklären, wie eine Einzelbuchung für einen Proberaum funktioniert. Zunächst sucht ihr euch den Proberaum nach Größe eurer Band aus, also zum Beispiel für eine Band mit vier Musikern den Proberaum Quartet oder für eine Band mit sechs Musikern den Proberaum Sextet. Außerdem steht euch der Proberaumbühne für die Auftrittsvorbereitung zur Verfügung. Im Online-Kalender könnt ihr prüfen, ob der von euch gebuchte Proberaum zum gewünschten Termin frei ist. Sollte der von euch benötigte Proberaum besetzt sein, aber ein größerer Proberaum frei sein, könnt ihr trotzdem buchen, dann gibt es einen preisneutralen Upgrade. Das ist wie bei einer Autovermietung, wenn alle Kabinenroller besetzt sind, müsst ihr eben Mercedes fahren. Die Buchung kann ebenfalls online durchgeführt werden. Dazu bitte das Buchungsformular ausfüllen und absenden, woraufhin ihr direkt eine Buchungsbestätigung zugesandt bekommt. Wir prüfen dann kurz die Verfügbarkeit und tragen es in den Proberaum Kalender ein, woraufhin ihr eine weitere Buchungsbestätigung bekommt, die ihr auch direkt in euren Kalender auf dem PC oder im Handy übernehmen könnt. Mit der Buchungsbestätigung bekommt ihr auch den PIN-Code für den Zugang zum Proberaum Schlüssel und eine genaue Beschreibung der Anfahrt sowohl mit der Handynavi als auch fürs Auto und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.